Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reign of Kings. Mit dabei ist der Bad, der Valkyrie und der Abonacho. Das war gerade ein kleiner Aussetzer. Und wieder einmal auch in dieser Folge, es tut mir leid. Achso, das hier ist Öl übrigens, was ich gerade abbau. Haben wir in der letzten Folge gesucht? Haben wir jetzt gefunden. Hallo Öl. Schön, dass du dabei bist. Ja. Öl abbauen geht mit einer Pickaxe doch besser. Ja, habe ich auch schon festgestellt gerade. Okay. So, brauchen wir viel Öl? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie Stahl gemacht. Okay, weil wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch noch mal gucken, ob es hier nicht noch irgendwo ein bisschen mehr davon gibt. Für Stahl brauchen wir... Denn der Weg ist ja doch immer etwas weiter. Für Stahl brauchen wir ein Öl. Wir haben zehn Ironbarren. Und was waren das noch gewesen? Wo finden denn jetzt diese Sticky-Blöcke Verwendung hier? Sobald ich die eine Wand so habe, siehst du das. Also kann ich ruhig noch welche herstellen? Ja, da kannst du ohne Ende von herstellen. Die stelle ich eigentlich alle her, also aus dem Material, die ich habe hier. Du kannst nur per Maus-Klick. Nein, echt? Ja. Au. Ich habe auch schon gedacht, eventuell rechte Maustaste und dann bin ich in den Zehner-Schritten, aber das kannst du knicken. Ähm. Jürgen, wo bist du? Ich bin auf die andere Seite vom Sumpf gelaufen. Ich mache nochmal 50 Blöcke. Mhm. Wieso willst du los? 1000 Sticky ist auch mal eine gute Menge. Okay, dann komme ich zurück. Ich habe nur noch ein bisschen Öl gefunden. 604 Eisen. Soll ich das schon mal irgendwo reinpacken oder? Ja, direkt in das Spiel. 604. Ja. Ist doch gut, oder? Ja, das ist einmal die Blöcke abgerannt und dann hast du 800 Stücke in der Tasche. Also richtig Eisenbarren, oder? Nein. Nö, Eisen. Ach so. Du kannst sie in der Schmiede einfach direkt dabei schmeißen. Wo ist die Schmiede? Drinnen? Die ist schon drinnen, ja. Ach, hier ist der Eingang. Okay. Ach, da ist die Schmiede. Ja. Du stehst noch da, wo ich dich eben stehen gelassen habe. Und das Ding soll das kleinstmögliche Gebäude sein, was wir brauchen, damit wir auf hinten können? Verstehe ich mich. Wenn wir... Aber ich gucke das mal von drinnen an. Ja, das siehst du gleich. Das wirst du gleich alles verstehen. Aber es gibt eine Sache, die kann ich euch nur offline erzählen. Ja. Ja, okay. Aber dann wirst du das verstehen. Alle einfach mal den Ton leiser machen. Mach doch bitte alle mal den Ton leiser. Ja, du hast ja schon gesehen, wie die Betten oben stehen. Und da siehst du, noch kleiner geht es nicht, sonst passen die Betten nicht rein. Ja, nee, das stimmt. Kleiner geht nicht mit den Betten. Das stimmt. Okay. Und das war, dass ich jetzt unten auch noch dicht mache und das nicht einfach auf Spelzen stehen lasse. Das liegt einfach nur daran, weil ich jetzt eh schon zweieinhalb Bände stehen hatte. Und dann kann ich das bisschen Holz auch noch besorgen. Ja, okay. So, Bären sammeln brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben gar keine Kisten mehr, wo irgendwas reinpasst. Könnt ihr vielleicht größere Kisten herstellen, ne? Mhm. Ja. Sobald du Eisenbahnen hast. Ja, beim Eisen können wir eigentlich auf dem Rückweg auch nochmal vorbei, ne? Hast du das auf dem Plan? Oder lieber nicht? Dann müssen wir den Umweg laufen. Einen Eisenbahnen habe ich übrigens noch in der Tasche. Ich weiß nicht, wie viel Eisenbahnen kriegt man aus 600 mal Eisen? Fragst du mich jetzt was? Das habe ich auch nicht im Kopf. Ja, ich meine nur, da wir sowieso schon unterwegs sind, wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das denn noch schnell erledigen. Ja, dann teilt das Öl aber unter euch auf. Nur für den Fall der Fälle. Weil Öl ist ja nochmal auch eine Sache, die gerne genutzt wird. Und so viel ist davon ja nicht da. Ach, der hat immer die Mehrheit umgestein. Also mal seinen Taschenplatz kann man aber nicht erweitern, ne? Nein. Leider nicht. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man die Klamotten, die man anhat, im Inventar hat. Weil im Prinzip, wenn ich sie anhabe, habe ich sie an und nicht in den Taschen. Genau deshalb. Das finde ich total komisch. Auch mit dem Gürtel, weißt du, so. Das ist das selbe Prinzip halt, ne? Weil die gehen ja schon mal fünf Plätze allein nur schon durch die Rüstung verloren. Ja, ihr müsst euch bedenken, dass das wirklich noch eine frühe Eifer ist. Und dafür bietet das Spiel wirklich extrem viel. Ja, nee, ist ja auch viel. Das hätte ich nie erwartet. Sie könnten dann ja auch eine Reihe Inventar einfach dazu packen, ne? Das ist eine Sache von zwei, drei Mausklicks irgendwo in der Konfigurteilung halt einstellen. Ja, oder halt tatsächlich mit entsprechender Klamotten, dass man dann entsprechend noch eine Reihe dazu kriegt. Ja, genau, einfach schlupf jetzt noch eine Reihe dazu, dann ist ja okay. Ja. Obwohl, vielleicht haben sie die Reihe extra ja schon drin und wir hätten eigentlich sonst noch eine Reihe eingehakt. Das kann natürlich sein. Man weiß es nicht. Man steckt da nicht drin. Nee, ohne Lederklamotten hatte ich vier Reihen. Echt? Nee, nee, ich habe jetzt aber acht Sekunden Standort gehabt eben. Boah, Wahnsinn. Komisch. Dann bleibe ich nur zu unserer Schmiede hin. Ja, ab und zu leckt das mal kurz zwischendurch noch. Dann merkst du halt noch, dass es ein früger Alpha ist. Nee, also ich habe das Problem eigentlich gar nicht so. Bauen wir links laufen welche? Sechs Eisenbahnen haben wir hier. Kann mal gucken, was man damit machen kann. Ja, damit solltest du eine große Kiste zumindest fertig kriegen. Auch an der Workbench wahrscheinlich, ne? Ja, auch an der Workbench. Also alles, was irgendwie gut und wichtig ist an der Workbench. Workbench oder Schmiede oder die Schmelze, wo wir momentan am Schmelzen sind. Container? Weil die Schmiede ist noch etwas anderes. Die müssen wir auch noch bauen, damit wir überhaupt Eisensachen suchen können. Nee, also einen Container an der Workbench kann man nur den einen herstellen. Dann stell erst mal eine Schmiede her. Und ich dachte, das ist eine Schmiede. Das ist eine Schmelze. Ähm, hier liegt ganz viel. Soll ich die dann unten gleich neben die Schmelze stellen? Also lieber alles drin oder? Ja, ich muss das in einer ganz bestimmten Reihenfolge aufstellen, sonst passt das nicht rein. Ähm, achso, nee, einmal muss zurück, weil ich hab jetzt gleich keinen Platz fürs Eiseln. Equipment, Furniture, Stations, Fletcher, Anvil. Der Anvil wäre das, ne? Richtig. Wer brauche ich? Nee, jetzt brauchen wir 16 Iron Ingers für. Wir haben 6. Pass auf, auf, oben auf der Brüstung. Er hat gerade gut Zeit zu zielen. Wollen wir mit der Beute doch lieber nach Hause und das Eisen erstmal Eisen sein lassen? Ja, komm mit. Das würde ich schon, kann er jetzt nicht reißen. Ich könnte... Wir sind viele unterwegs. Könnt ihr einen Fletcher für Bogen herstellen? Nee, der ist... Oder ist der noch nicht so gefragt? Nein, noch nicht. Okay. Da ist sowieso erstmal ordentlich Zielübungen für gefragt. Da ist die Schmiede jetzt tatsächlich wichtiger. Nö, die schließt das andere nicht aus, ne? Oh, jetzt ist kein Eisen mehr da. Also da brauchen wir kein Eisen für. Für den Fletcher brauchen wir nur Holz und Flachs. Und ich besorge nochmal sonst 5 Flachs. Ich glaube, den Fletcher, den hatte ich aber in der Hütte auch nicht drinnen stehen, wie ich die mal Probe gebaut habe. Also ich glaube, der passt da gar nicht mal rein. Fall und Bogen sind nicht so stark, oder? Es geht darum, dass du damit wirklich Zielen üben musst. Weil der... Musst du ja mit den Speeren auch... Ja, doch schon richtig. Also das ist noch nicht dieser Bogen. Also der Pfeil, der fliegt noch nicht den Bogen, den man erwartet. Okay. Also du musst wirklich sehr gut zielen. Also muss man schon vorausplanen, dass man sagt, okay, der fliegt nicht so, sondern eh eigentlich ganz anders, als er sollte. Und deshalb ziele ich jetzt so und so. Nee, nicht ganz anders. Und die Verhältnisse, die passen einfach noch nicht so wirklich zueinander. Habe ich so das Gefühl. Aber man kann mit dem Bogen ja schön spähen. Einmal in die Luft schießen und den Robin Hood-Effekt nutzen. Und gucken, ob da ein Spieler ist. Das ist recht praktisch. In die Luft schießen und gucken, ob da ein Spieler ist. Jetzt bin ich hier mit dem... Du kannst doch einfach 400 Meter weit ins Land schießen. Und wenn du dann durch die Sicht des Pfeils guckst, dann siehst du, ob da hinten ein Gegner rumrennt oder sowas zum Beispiel. Ich wüsste nicht, dass du den Pfeil verfolgen kannst. Klar, kannst du den Pfeil verfolgen. Das ist ja das Besondere an diesem Boden. Das ist ja das Geile da dran. Ähm, Bad, nicht weglaufen. Das hätte ich ganz gerne auch in Seven Days. Du guckst dann, also wie bei, weißt du, bei dieser einen Robin Hood-Szene, wo der eine Pfeil in der anderen trifft. Genau so sieht das dann aus. Und mit welcher Taste machst du das? Rechte Monsters. Also du musst ihn dabei gedrückt halten beim Abschießen. Und dann guckst du durch den Pfeil. Das geht auch mit dem Speer. Geht das übrigens auch. Nur halt, ist halt recht kurz, der Flug. Ach, hier ist noch mehr. Ich hab'n Hund. Ja, das ist aber doch schon abgebaut. Wie bitte? Das ist doch schon abgebaut. Nee, bei mir nicht. Und ich bekomme auch mehr als einen raus. Pass auf, wenn ihr seid hier. Mein Hund sieht aus wie ein Stachelschwein. So. Weiter? Ja. Ich glaub, ich geh mal ein bisschen weiter. Ich hab gerade Steine hier an der... ...an unserer Klippe aufgeklammelt, also... Oh. Ich glaub, ich fäll' einfach noch mal ein paar Bäume. Ähm, wenn wir jetzt... Also das Gebäude ist ja jetzt, äh, bis auf die Tarnung eigentlich soweit fertig, ne? Mhm. Wie das richtig? In großem Gänzen. Oh, da müssen wir also nur noch die Tarnung hinkriegen. Ich hab auch noch wieder ein paar Stickies dabei. Und dann unter die... die Wand noch schließen, die offen ist, ne? Ach so. Das kann nicht sein, dass es unheimlich lange dauert, bis ein so ein Iron-Engort hergestellt ist. Das dauert lange, ja. Und Stahl dauert noch deutlich länger. Echt? Ja. Weil in der Zeit, wo ich vorhin die sechs rausgeholt habe, hat er noch nicht einen einzigen wiederhergestellt, ne? Ist da noch Holz drin? Ja, 30 Holz sind da noch drin. Brennt auch. Okay. Ist noch halb voll. Wohl? Gute Folge. Rechts steht irgendwie, ähm, wenn ich das Ding aufmache, irgendwas mit 58,2 Minuten. So viel reicht wahrscheinlich unser... Für so... Dann sind wahrscheinlich unsere 660 Asien... Warte, 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 warte. Ja, gut, ähm, das ist ja... Das Ding, warum man die Schmelze quasi sichern sollte, also im Gebäude haben sollte. Weil der Server geht ja nicht aus, das brennt ja weiter. Und du? Hm, ja, ja. Ach so, ja, okay. Ja, klar, logisch. Aber dann müssten wir hier noch eine Wand einziehen, oder? Ähm, Pat, wo bist du? Das hab ich doch eben gesagt. Du bist gerade irgendwie bei mir in den Boden gebackt. Und jetzt bist du weg. Ich seh dich nicht. Ich seh dich, glaub ich. Ah, da, okay. Weil du standst bei mir eben die ganze Zeit und bist so in den Boden gebacken, dann warst du weg. Hast du eine Ahnung, wie viele Blöcke wir insgesamt für die Tarnung brauchen? Das kann ich dir sogar genau sagen. Ja. 575. Und wir haben schon, ähm... Das kann ich dir gleich sagen, wenn ich weiß, wie viel du hast. Und gleich kommst, wir haben fünf, ne? Ich hab 55. Weil in den Kissen sind gerade keine, deshalb... Nö, ich hab 177. Oh, dann brauchen wir noch einiges, was? Ja, deswegen bin ich auch nebenbei immer weiter am Sammeln. Dann sammle ich auch nochmal Steaks. Sind wir sicher bei dem Weg? Nein, das bin ich. Okay. Jetzt hört man aber recht weit, ne, wenn jemand rennt. Ja, ist doch ganz gut. So, 106 Feder. Wir haben jetzt 300 Federn. Wir könnten uns dann auch irgendwann mal schöne Betten bauen. Ach, ihr seid immer alle so verwöhnt. Schöne Betten oder weniger schöne Betten, das ist ehrlich gesagt... Mir ist das per se ziemlich glatte. Das Auge schläft mit. Und wenn mal Besuch kommt, wie sieht denn das aus? Weißt du, wenn du schon... Wenn wir hier auf klein sind und hier kommen Leute und wollen unsere Basis auseinandernehmen und die sehen, dass wir da in versüften Betten, die nehmen nichts mit. Das ist... Ich glaube, ich muss die Schmiede nochmal umstellen. Ich glaube, ich hab die falsch platziert. So, okay, ich mach mich mal nützlich und sammle nochmal Sticks, Sticks, Sticks. Also ich kann dir sagen, wie lange das noch dauert. 58 Minuten, bis das Alband fertig ist. Das hab ich dir doch vorhin vorgelesen. Für die 660, aber... Oder meint er damit einen Inget? Das kann er ja nicht meinen, ne? Nein. Aber ich hab das Gefühl... Ja. Da tut sich nichts mehr, ne? Ja, ich hab das Gefühl, du hast das Feuer ausgemacht. So, ich hab's heute auch gemacht. Wieso? Das brannte doch. Das hat doch Geräusch gemacht und... Jetzt brennt es auch Licht. Das Licht war auch da. Ja, wo ist der Unterschied? Das sind ja meine Speere. Ich hatte doch eigentlich Speere dabei. Das Ganze gibt es einmal glühend und einmal brennt. Au. Aber es war ein Leiterfeuergeräusch da. Oh. Wenn es glüht, dürfte sie eigentlich kein Geräusch machen, ne? Irgendwo hab ich hier, glaube ich, Mist gebaut. Ich glaube, er ist hinter mir her. Nein. Ich muss mal gucken, wo ich meine Speere hab. Ich kann nicht mehr laufen. Ich muss weg. Ich kann nicht gegen den Kämpfe mehr. Ja. Ihr seid zu weit weg, ne? Oder? Das würde sich nicht lohnen. Okay. Ja, wird Zeit für eine ordentliche Waffe. Kann ich mir da Fackel in der Hand, kann ich doch aber sicherlich, ähm... Oh, der hat schon so viele Speere. ...Icomes aufnehmen, oder? Der ist gespickt und trotzdem lebt er noch. Ah, da bräuchte ich wieder drei Flachs für. Ah, er ist weg. Hast du ihn erledigt, oder was? Und ich muss einmal ganz schnell ein paar Bären futtern. Geh mal runter, in der Hoffnung, dass da Flachs ist. Ja, jetzt auch noch ein Wolf. Schwierig. Ey, jetzt bist du vor mir weggelaufen. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Weißt du, da kommt so ein Bär und schon lässt du mich hier alleine im Wald stehen. Das ist ja alleine im Wald stehen, äh... Ich hab immerhin die Dresche bekommen. Ah, okay. Du wirst dich todesmutig dann dem Feind entgegen. Ja, so bin ich mal im Wald, ne? Dann haut er ab. Ja, weißt du, das ist wie mit Batman. Batman will auch kein Dankeschön. Der hilft den Leuten und geht wieder. Du, ich hab ihn erlegt. Also, dann hättest du ihn erlegen müssen, du Batman. Ich hab auch nur gesagt, dass er hilft. Dann müsst ihr die Jobbeschreibung mal etwas genauer erfassen, dann weiß er auch, was er zu tun wird. So, ich hoffe, ich finde unser Zuhause. Der Retter in der Not ist ja aber auch eine durchaus schwammige Bezeichnung. Da weiß man nicht genau, was man zu tun hat, oder? Ja. Richtig. Eigentlich ist der Retter das Opfer, ne? Also, unser Lagerfeuer sieht man aber auch schon meilenweit, ne? Echt? Ich seh's nicht. Ich finde, dass diese Fackel unten am Strand einen Wahnsinnskreis wirft. Aber mich kann man da unten nicht sehen. Ich bin in dieser Strandbucht. Wir haben ja einen Privatstrand quasi hinter unserem Haus unten, ne? Oh, oh. Also, so meilenweit kann das gar nicht sein, weil ich seh's nicht. Na gut, ich hab auch meine Distanz, hab ich ja auch sehr weit gestellt. Ja, ich eigentlich auch, aber bei mir ist einfach wahrscheinlich alles Mögliche im Weg. Zum Beispiel Bad, der steht vor dir und... Und schon ist Finsternis. Der wirft Schatten, richtig Schatten. Ja, bei der Schulterbreite auch kein Wunder. Ja, mir fällt da gerade nix um. So, ich hab mich geschlagen. Oh, oh, oh. 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 So. Mal gucken hier. Weil erst mal schon echt einiges ansammeln. Naja, gut, aber sagen wir mal ehrlich, das ist ja nun mal bei den Survival Games so... Na gut, das gehört dazu. Ich wollte sagen, es ist ja nun mal das Spielprinzip, ne? Ja, nee, das ist okay. Aber da merkt man aber erst, dass man in Seven Days eigentlich verwöhnt ist. Wenn du da mit vier Leuten sammeln würdest, dann hättest du ratzfatz, äh, also... Also zumindest musst du dort weniger sammeln als hier. Finde ich jedenfalls. Alleine brauchst du es hier ja gar nicht zu versuchen, Matt. Ach doch, das geht eigentlich. Naja, weiß nicht, kommt das an. Naja, gut, man muss dazu aber auch sagen, dass wir, ähm, zwar einen relativ sicheren Platz haben, aber auch einen sehr, sehr ungünstigen Platz, was Ressourcen angeht. Nö. Doch, weil wenn du, wie gesagt, nachher, das A und O nach einer Zeit ist einfach das Eisen brauchst. Na gut, da ist der Weg halt recht weit, ne? Und du musst dich halt länger da aufhalten, ne? Muss man campen gehen. Oh, ich bin, glaube ich, ein zu weit. Jetzt weiß ich nicht genau. Aber nee, da sehe ich keinen. Sind da wirklich nur diese sechs Eisensöcke hier drin, oder? Nee, ich kenne sechs halt, ne? Es gibt unterwegs, äh, wenn man dem Weg ein bisschen folgt, gibt es noch zwei, zwei oder drei Stück, glaube ich. Warte mal, hier ist das. Achso, ja, wenn du vor der Burg stehst, nach rechts außen irgendwie, ne? Genau. Da ist, glaube ich, was, ja. So, jetzt mal jetzt mal anders. Wo sollte ich eigentlich nach Hause finden? Hoffe ich. Oh, ich finde diese Grafik einfach toll. Wenn man so in die Fähne guckt und so. Das ist so geil. Mit der Königsburg da hinten. Einfach top. Na, ich meine, da haben sie sich ja sowieso was einfallen lassen, ne? Ja. Ja, schon recht. Wir könnten natürlich ja mal versuchen, König zu werden. Ja, das habe ich ja eh vor. Stimmt. Dann hätten wir zumindest, ähm, ein bisschen Ressourcen. Also, im Prinzip nur kurz, einmal kurz König werden und gleich, äh, und gleich plündern die Kisten und wieder abhauen. Und dann können wir auch gerne den Königslöffel wieder abgeben. Aber dann haben wir die Karriere. Ne, das, das werden wir auch versuchen, dass ich König werde werden. Wir versuchen, richtig. Moment. Moment, dass ich Königin werde. Genau. Königin? Quinksyra. Ja. Darüber unterhalten wir uns nochmal in einer ruhigen Minute. Sir Valkyrie, ich schlage euch zum Ritter für eure unumwundene Unterstützung. Genau. Wer dem auch getan ist heute? Und Bette kann dann deine Prinzessin werden. Richtig. Wo ist er? Ja. Ich bin, äh, abkömmlich. Du bist doch gar nicht bei uns an der Base. Sieh, stimmt. Stimmt, nein, stimmt. Wo bist du denn in unserer Base? Ich bin im Unterholz und sammel Steinchen. Im Unterholz. Ah. Das fällt dann ja gar nicht auf. Könnte denn hinter dir stehen. Oh, ein Bär. Oh, Valkyrie, pass auf. Dann bist du gar nicht hier. Ich habe übrigens ein Speer in der Hand. Da vorne ist richtig was. Wer ist das? Ich werfe da mal einfach hin. Oh, so weit kommt man gar nicht. Deshalb wollte ich einen Bogen haben. Ah, wo? Ja, da kannst du ruhig zum Wasser gucken. Du siehst mich nämlich nicht, ne? Nee. Hahaha. Ja, jetzt gehst du runter, ne? Rückwärts, ne? Ich glaube, du bist rückwärts gegangen. Kann das sein? Wo bist du, Hund? Jetzt läuft den Berg runter. Keine Chance. Du siehst mich. Du siehst mich. Ich sehe dich. Oh, der wirft wirklich. Der wirft ja wirklich. Ich habe getroffen, oder? Nee, nee. Hast du dich? Dein Glück. Hast du dich? Du hast einen Stiepel jetzt, aber... Oh, du hast mich wirklich getroffen. Komm her, du Hund. Komm her, du Hund. Nein, 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 nein. Xylla, rette mich. Boah, hör auf dich. Ich glaube, du kannst mich richtig verletzen mit der Axt, ne? Ach nee, stimmt. Dieser Speer, der in meinen Oberkörper steckt, der verletzt mich nicht. Immerhin hast du jetzt einen Stiepel. Schluss damit. Lass meinen Ritter wählen. Ich finde, ich habe ziemlich gut getroffen, ne? Du hast 1a getroffen. Ja, ich würde auch sagen. Verdammt, ich habe eine falsche Ecke gebaut. Hahaha. Schwierig. Wieso? Kann man dir irgendwie helfen? Abo? Nee, nee, nee. Das passt jetzt hier nur nicht so rein, wie ich wollte. Das alles. So, ja. Das doofe ist. Die Folge ist vorbei. Ja, genau. Und wir haben unser Haus verkleidet. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Huch. Stehen lassen. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Ich wollte was essen. Ach du, mal ganz im Ernst. Wenn Sie es kaputt machen, machen Sie es kaputt. Ja, ich würde sagen, wir verkleiden hier mal ein bisschen offline. Wobei die Verkleidung sehen tust du doch diesen Riesenblock auch. Ob der jetzt grün ist oder so, oder? Nee, du wirst lachen. Wenn er nachher verkleidet ist, siehst du ihn echt nicht mehr so doll. Was? So ein hohes Gebäude? Siehst du dann nicht mehr so doll? Es geht ja darum, dass du es halt nicht von Weitem nicht so doll siehst. Weil so siehst du es aus 5 Kilometer Entfernung. Und wenn er verkleidet ist, dann musst du schon näher rangehen. Das ist eigentlich alles. Also wir können das ja gerne so machen, wie ihr das möchtet. Wie gesagt, mich würde das jetzt nicht so sehr stören, wenn die jetzt... Wie gesagt, das Gebäude bleibt da stehen. Wenn plündern sie ja höchstens die Materialien. Ja, aber das wäre doch auch schon doof. Ja gut, das stimmt. Logisch. Ich kann mal versuchen, hier Blöcke heranzusetzen. Ich möchte das mal sehen. Was wir vielleicht als erstes machen könnten, wenn wir jetzt gleich offline sind, wir könnten hier noch Blöcke heranstellen. So mache ich das immer. Und dann können wir noch mal eine Eisentür davor stellen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das sieht komisch aus. Der Speer ragt ganz merkwürdig aus meinem Hinterteil raus. Das ist richtig. Hm, ich war der festen Überzeugung. Ich hätte in eine Kiste noch Stickys geschnitten müssen. Ja, das kann auch sein. Achso, hast du es schon rausgenommen? Möglich. Okay. Nein, 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 nein. Oh ne, 220, hier sind sie noch. Aber die Tarnung sieht echt gut aus, ne? Da kann man ja sagen, was man will. Also wenn man wirklich von Weitem guckt, dann würde man nicht erahnen, dass da ein Gebäude steht. Naja, weiß nicht, wenn da so eine 10 Meter hohe Tanne ist, die 30 Meter breit ist. Deshalb meine ich, weil wegen der schierigen Gründe müsste das doch auffallen. Ja, aber wenn du es aus weiter Entfernung guckst, dann sieht das einfach aus wie ein dichter Wald. Zumal wenn die Bäume um uns herum noch stehen. Deswegen wollte ich die stehen haben. Ja, wenn die nicht stehen würden, dann wäre es schwierig, ja. So, nichtsdestotrotz, war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Es war mal wieder herrlich mit euch. Einfach herrlich. Ich bin da nicht dran. Ich komme jetzt in die Mitte, komme ich nicht dran hier. Schwierig. Und deswegen, also, wenn ich denn König bin, ihr werdet alle auch einen Ehrenplatz bei mir haben. Ja, 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 ja. Wenn ich erstmal Königin bin, ne, dann hast du auch einen Ehrenplatz bei mir. Den Kopf an der Wand. Ja, das glaube ich dir. Genauso kann ich das. Mit Plackkettel. Ja. So, genug geschnackt. Richtig. Achso, guck mal, du hast sogar schon das Wappen dran, ne? Hm. Was, wo? Ähm, ich weiß gar nicht. Weiß Will Cry das überhaupt schon? Das erzählen wir gleich alles. Ja. Du musst bis mal ganz oben, ne? Aber das ist nicht schlimm, da können wir auch von oben dran. Ja, ich komm, ich komm nicht, das ist rot da oben. Ja, du kannst sonst, ähm, auch ein paar Blöcke setzen, damit du weiter oben ankommst, also dass du dich darauf stellst. Wir kommen da auch von oben dran. Achso, okay. Ne, ich dachte mir, ich, keine Ahnung, aber diese Seite ist ja eigentlich die, die wir am ehesten schützen müssten, ne? Weil, ähm, wenn ich mal so rumgucke, ne, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hm. Gut. Gut. Jo. Wenn's euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schaut bei den anderen rein und dann bis zum nächsten Mal mit Rhyne of Kings. Tschüss. 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 Tschüss.